Dreharbeiten der Filmhochschule Babelsberg in Saasbo bei Cottbus. Wegen einer wendischen Hochzeit? Naja, nicht ganz. Wohl eher umgekehrt. Für Dreharbeiten zu einem Fernsehfilm des RBB organisierten Vereine aus Silo und Saasbo einen originalen wendischen Hochzeitszug. Regisseur Felix Hartmut und seine Mitstreiter realisieren diesen Streifen, der im Herbst über die Bildschirme flattern soll. Dabei wollten sie unbedingt einen sorbischen Hochzeitszug dabei haben. Die Aufgabe des Popratsch, des Hochzeitsbitter, übernahm übrigens Liederpoet Pitconings. Und während die Alten in der Pause auf der Straße tanzten, dachte so manche junge Brautjungfer, ach, das wäre doch toll, nicht nur im Film, sondern auch im wirklichen Leben so zu heiraten. Na dann mal los, Kinder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017